So, dann habe ich heute noch ein ganz besonderes Ziel, das ist ein wenig härteres Ziel, da sind ein paar Prollen verleimt, da war ein Teppichboden drauf, das ist natürlich auch immer ein schönes Ziel zum testen, das ist ein wenig härteres Ziel jetzt, da kommt jetzt auf eine Schneide, was macht die Schneide, da schauen wir jetzt mal das Jari noch an, so eine Keshe-Cardana, vom Cardanamarkt Deutschland. Ja, und das sieht doch auch mal gut aus, also überhaupt kein Problem, die Schneide hat gar nichts, da ist ein bisschen Dreck dran, wie gesagt, überhaupt kein Thema, da ist natürlich nichts dran, so sieht es aus, checkt den Cardanamarkt Deutschland, Jari noch an so Cardanas, Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an.